Abschluss bringt Cash, okay? Abschluss bringt Cash. Was bedeutet das? Abschluss bringt Cash, nicht Termin bringt Cash. Viele denken, und das war auch immer mein Mindset, ich habe zu wenig Termine, ich brauche mehr Termine. Am Ende des Tages braucht ihr einfach nur eine gewisse Anzahl vor den richtigen Terminen. Darum soll es gehen.